guten morgen heute wird es ein bisschen ein längeres guten morgen video ja wenn ich sie auch so was dann nicht schon immer machen ich habe ein tost ich habe ein bisschen Ich tritt das jetzt mal auf. Ich tritt das mal auf. Jetzt. Ich bin voll. Aber Leute. Wie findet ihr jetzt das, wenn ich jeden Morgen ein Guten Morgen Video mache? Ich mache es noch länger, mache es noch kürzer. Manche sind halt ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Aber wie findet ihr das? Das ist halt ein bisschen später. Jetzt ist es auch schon ein bisschen zu laufen, aber es ist ein Guten Morgen Video. Vielleicht mache ich ja... Nein, ich weiß nicht. Aber es kann sein, ich probiere einfach mal, ob ich jeden... also meine Frühen schaffe. Es kann sein, dass manche nämlich ein bisschen sehr früh sind, weil ich weiß, dass ich ein bisschen früher aufstehen muss. Das ist so, ja, wo es geht. Aber ich schaue, ob ich schaffe. Okay. Es gibt nicht mehr, wie wir es so sagen. Soll ich wieder mal Tierlinik spielen? Aber ich habe zwar Angst, wenn ich Tierlinik spiele, dass es so lange kein Tier kommt. Naja. Naja. Das werden wir mal schauen. Ich spiele auf jeden Fall so schon Tierlinik. Ich hoffe, dass ich dann filmen werde ich nicht. Aber schauen wir mal. Okay. Ich schaue einfach mal, ob ich jeden Morgen ein Video schaffe, ein Guten Morgen Video. Aber ich hätte auch Zeit, also ich glaube, das sieht sogar schon aus. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Heute, ich melde mich heute bestimmt hier wieder. Tschüss. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.